Gute Bizep-Schessli? Nein, gute, egal. What up, Leute? Bevor ich euch meinen Formcheck zeige, wie ich mit 200kg ausschaue, zeige ich euch meine neue Routine. Ich habe vorhin einen Full Body Workout gemacht, alle zwei Tage. Jetzt change ich meine Routine. Ich mache einen Push Day, einen Pull Day, Antarkose, Legs und einen Arm Tuck. Und heute zeige ich meine Pull Day, Leute. Also, ich hoffe, ihr enjoyed es. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und subscribt. Schaut, wie fett meine Hand schon ist mit 100kg. Gib nicht einmal mehr Knöchel. Babyfest. So, Leute, ich bin auf einer Rückenmaschine, auf einem Pulli. Ich habe einen Aufgabenssatz gemacht, ca. 30 Wiederholungen. Nur, dass ich warm werde. Und jetzt mache ich schon 4 schwere Sätze, jeweils so 50 Wiederholungen. So schwer wie möglich. Und natürlich ganz viel Volumen. Und den letzten Satz mache ich einen Dropsatz. Augsatz. Dich ein? Dich ein? Es ist so schön. Es ist so schön. Ich habe keinen Wunderschönd. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.